Hallo und willkommen zu einem Einheiten-Guide zu Mechabellum. Beachtet, dass das noch die Beta ist, das wird wahrscheinlich noch einiges ändern, aber ich glaube nicht, dass es gravierend große Änderungen werden. Und da wird der wahrscheinlich nach der Beta auch noch eine große Bedeutung haben, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich so einige Balancing noch ein bisschen abändern. Es gibt auch zwei, drei Sachen, da sind die Tooltips noch ein bisschen falsch. Also die Anti-Air-Barrage hier, nee, war die nicht die, sondern der von der Rakete, der ist falsch beschrieben, glauben wir zumindest, hier der hier, bei der Adlerie. Da steht zum Beispiel, dass das Ding 120 Schaden machen würde und wenn er ein Level mehr hat, macht er 12.000 Schaden, von daher ist da sicher was im Argen, ja. Der müsste eigentlich 12.000 mit dem ersten machen und dann 12.000 mehr bei jedem weiteren Level. Also von daher ist das noch nicht alles perfekt hier, aber ich glaube, wenn ihr es jetzt spielen wollt, im Moment ist ja auch free-to-play das Ganze, und man in Turnieren teilnehmen wollt und was nicht alles, dann ist es schon mal ganz gut, wenn man sich mit den Einheiten auseinandersetzt. Und ich habe halt jetzt wirklich wie so ein Irrer hoch und runter gespielt und reihe mich selbst auch aufs Turnier vor und kann euch jetzt einen Rundblick über die Einheiten geben, also machen wir mal einen Lehrgang. Fangen wir einfach links an, Fortress, die erste, mit den Fähigkeiten, werde ich dir immer ein bisschen vorstellen. Also erstmal vorweg, das ist der Unten-Knie wegmachen, leider. Es gibt nicht eine, die beste Strategie gibt es nicht, ja. Also zu sagen, die eine ist so P oder so, das ist nicht. Alles lässt sich countern, das muss flexibel sein, das Spiel. Das sind halt nur die Stärken und Schwächen der Einheit ein bisschen schreiben. Der Fortress, würde ich sagen, ist vielleicht eine Ausnahme. Ich würde sagen, dass die Einheit eher nutzlos ist, ja, eher nutzlos ist, weil sie sehr viel mehr Konter hat und sehr wenig Einheiten vom Gegner kontert, ja. Das wäre so meine Interpretation der Einheit. So, was macht die denn jetzt? Der Fortress ist ein riesiger Mech, hier unten seht ihr immer die Größenverhältnisse, also ein sogenannter Giant. Giant haben den Vorteil, dass sie besondere Module aufnehmen können, ne. Also sowas wie, dass sie mehr, mehr Lebenspunkte kriegen, mehr Kampfkraft, dass die irgendwie ein Schild drumherum haben. Gerade Ground Giants haben diese Besonderheit, dass sie Schilde haben können, ne. Das könnt ihr bei einem fliegenden Giant nicht draufpacken. Und das ist der Vorteil, den der halt vor allem hat, ne. Auch so Tanks bohren und so weiter. Also der kann Karten aufnehmen, die andere nicht aufnehmen können. Das ist schon mal ein Vorteil, der erwähnenswert ist. Ähm, die Bewaffnung bei ihm ist so, dass er mit 6800 Attack hier, äh, das sind so kleine Raketen, die der abfeuert, ja. Also ich, also das soll, glaube ich, aus den Dingern da oben kommen. In der Animation sieht aus, ob es von da unten kommen würde. Das sieht ein bisschen komisch aus. Aber der hat auf jeden Fall so einen Schuss, ähm, der einen richtigen Punch hat, alle zwei Sekunden. Und damit kann man Sachen auf one-shotten und das ist ganz hervorragend. Aber das heißt, wenn nur so ein kleines Vieh vor dem steht, Crawler und so, ne, kleine, viele Modelle, dass der einfach völlig wertbefreit ist. Der kann nicht mit kleinen Armeen umgehen. Der ist völlig, 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 völlig wertbefreit. Und das bedeutet eigentlich, dass eigentlich jeder den, den kontert total easy. Der kauft für hunderten Crawler, der ist gekontert, ja. Im extremen Fall. So, also er hat keinen Flächenschaden. Das ist der Riesennachteil bei dem. Ähm, wofür der gut ist, was der machen kann, in der Vanille-Fassung ist, wenn der Gegner irgendwas hat, was, sagen wir mal, er stellt einen Rhino auf, ja, oder meinetwegen auch einen Melting Point oder sowas. Also wenn er wirklich irgendwas aufstellt, was groß ist, was tanky ist, was nicht auch Schaden macht, dann kann er den wirklich mit seinen 8000 Schaden und zwei Sekunden hier, kann er den wirklich wegschießen, wie Irre. Das Problem ist nur, er hat nicht die epischste Reichweite und er geht auch im Schneckentempo auf den Gegner zu. Kann man gleich alles abändern, aber es ist schwer, damit jemanden zu töten. Also wenn jemand, ne, manche Leute machen ja ganz gerne, dass sie Rhino's an die Front stellt, die zeige ich euch gleich, dann könnt ihr den auch an die Front stellen und tut ihr den Rhino unter Umständen one-shotten. Also dafür kann man den benutzen, aber das ist ein Szenario, was andere Einheiten auch machen und die haben vielfältiger Nutzen und sind nicht so teuer und nicht so angreifbar am Schluss. So, das war die kurze Fassung zu dem Fortress. Mit den Fähigkeiten hier vorne, ihr könnt das dann erweitern. Die Raketen hier vorne zum Beispiel, da könnt ihr ein bisschen Anti-Air machen. Die haben halt mit 160 Metern eine gute Reichweite. Das ist, um Wespen zum Beispiel zu bekämpfen, ja. Meinetwegen auch, um Phönix zu bekämpfen. Also kleinere Lufteinheiten zu bekämpfen. Das ist nicht, um einen Overlord zu bekämpfen. Dafür machen die Preis-Leistungen zu wenig Schaden, meiner Meinung nach, diese Fähigkeit. Aber dann hat er auch eine Anti-Luft-Fähigkeit. Das, wofür die meisten den benutzen, was ihr auch wahrscheinlich selber machen wollt, ist, er wird als Tank benutzt hauptsächlich. Und zwar wird man diese Barrier für den machen. Dann hat er ein Schutzschild, was wie ein gekaufte Schutzschild für 100 Punkte ist, was um ihn drüber rum ist. Und das gelebt mit Level. Also wenn er Level 5 hätte, dann ist das Schild 5 mal so stark, also 200.000 Leben unter Umständen, ja. Also wenn ihr den aufleveln könnt, dann ist das Schild sehr episch und sehr kosteneffizient. Und das lädt sich halt jede Runde neu auf. Also das kann schon gigantisch groß werden, das Schild. Und dann könnt ihr halt hinter dem ganze Truppen verbergen, ja. Dass er einfach nur, er der Tank quasi ist, mit einer Schildbox drumherum. Und der Schönheitsfehler daran ist, dadurch, dass der keine Ziele hat, die er töten kann, weil er macht ja wie gesagt nur ganz kleine, also er macht immer ganz seltenen Schuss. Und wenn dann ein Crawler vor ihm steht, dann macht er halt gar keine XP, levelt er nie auf, dann wird das Schild auch nie stark. Es gibt jetzt aber eine Karte, wo ihr jede Runde ein Level vergeben könnt an der Einheit. Ihr könnt eine Einheit aufleveln, jede Runde. Und ich habe das mal gemacht und habe den dann auf Level 5 oder so gebracht mit dem Schild. Da ist der relativ tanky, das kann man schon dann empfehlen, ja. Dann geht das. Also wenn ihr diese Karte zieht, kann der Fortress eine Bedeutung haben. Das ist der Amor hier vorne, das könnt ihr vergessen. Also der wird dann zwar auch dicker gepanzert, aber das ist eigentlich nie das Problem mit dem, ne. Das braucht ihr eigentlich nicht unbedingt. Ja, was kann man da beipacken? Fang-Summoning hier vorne. Da werden kleine Fangs rumrumrum gemacht. Das Problem bei den Fangs ist, wenn die spawnen, ich zeige euch vielleicht die Fangs nochmal im Detail, das sind immer so kleine Infanteristen. Die können halt auch in die Luft schießen. Die Idee ist halt dahinter, dass wenn er das Schild hat und die Fangs die ganze Zeit um ihn rumspawren, ja, die werden dann abgeseilt gefühlt, die Idee dahinter ist, dass die alles Kleine bekämpfen, damit er die großen Sachen bekämpfen kann. Das Problem ist, dass die Fangs nicht schnell genug die kleinen Sachen bekämpfen und dass er dann Zeit hat, die großen zu bekämpfen. Das funktioniert in der Realität nicht. Und die tanken auch nicht vorher, wenn große Schüsse auf den kommen, von einem Melting Point zum Beispiel, weil die kleinen Dinger spawnen neben und hinter ihm und nicht vor ihm, wie das bei den Wespen und dem Overlord der Fall ist. Das heißt also, wenn ihr denkt, dass sie eine Tankfunktion haben, gegen dicke Kanonen oder dass ihr kleines Vieh wegräumt, das machen die nicht ausreichend. Das ist katastrophal schlecht und sie spawnen alle 28 Sekunden, ja. Das ist halt nichts. 28 Sekunden für 12 Fangs ist völlig albern von der Wertigkeit. Also das müsste mindestens dreimal so schnell sein gefühlt, damit das einen Wert hätte. So, von daher, das wäre so ein Setup hier vorne. Ihr könnt noch andere Sachen dabei packen. Ihr könnt den auf Short-Range machen, dass er schneller schießt und was nicht alles, aber dann wird das nur noch schlimmer. Er hat keinen Flächenschaden, das ist die größte Schwäche von dem. Also ich persönlich halte ihn für die eine der schlechtesten Einheiten derzeit im Spiel, auch wenn der gerne gespielt wird. Wie gesagt, wenn ihr den aufleveln könnt und dann mit dem Schild zusammen macht, sehe ich eine Bedeutung, wenn der Gegner Flugspam gemacht hat, der kein Overlord ist oder Overlords ist mit Westenspam, sehe ich auch eine Bedeutung für die Anti-Air-Berage. Ansonsten sehe ich ihn als Sinnbefreiheit an. So, Marksman, habt ihr vielleicht mal im letzten Video gesehen. Eine meiner Lieblingseinheiten. Wirkt relativ groß hier, ist gar nicht so groß eigentlich. Kostet nur 100 Punkte, ist also auch sehr preiswert. Könnt ihr für 0 Punkte freischalten, ist also sehr früh auf dem Feld. und den könnt ihr halt flexibel ausbilden. Das ist der große Vorteil an dem. Eigentlich ist der, um einzelne Ziele zu bekämpfen, ist der super, super gut. Aber hier könnt ihr halt nicht nur große Targets bekämpfen, also Giants, sondern eben auch Medium. Also ich unterscheide immer ganz gerne in klein, mittel, groß. Das ist so meine persönliche Unterscheidung. Das würde ich zum Beispiel als Mittel interpretieren. Und so ein Fang zum Beispiel, so ein Scrawler, wäre ein kleines Ziel. Und der kann halt sowohl die Mittleren als auch die Großen sinnvoll bekämpfen, je nachdem, wie ihr ihn ausbildet. Sein Problem ist die Feuerrate. Dafür kann er aber in die Luft unterm Ground feuern. Das ist erwähnenswert. Und die Reichweite könnt ihr, ich glaube, mein Rekord ist irgendwie 200, oh, lass mich nicht lügen, ich glaube 229 Meter oder so derzeit. Aber es gibt noch höher. Also man kann eine höhere Reichweite als die Adlerie geben, von Haus aus. Und was ich ganz gerne mache, ist, ich habe diese Reichweitenoptionen immer, damit die halt einfach, wenn ihr viele von denen auf dem Feld habt, die sind ja nicht besonders schnell mit 8 Meter pro Sekunde. Aber wenn ihr viele von denen auf dem Feld annehmen, eine hohe Reichweite, dann habt ihr eine Konzentration von Feuer über das gesamte Schlachtfeld verteilt. Also wenn irgendwo ein Gegner auftaucht, wird der halt konzentriert von allen gleichzeitig befeuert. Weswegen er hier nochmal besonders gut gegen mittlere und große Targets ist. Das heißt also, die Reichweite halte ich für sehr sinnvoll, aufgrund seiner Laufgeschwindigkeit auch einfach. Und dann habt ihr das hier, das Buff, die Reichweite nochmal pro Level. Und nochmal die Attackkraft. Die braucht ihr ja sehr selten, außer bei großen Targets. Und das ist optional. Vor allem die Reichweiten-Upgrade lohnt sich erst, wenn er ein paar Level aufgelevelt hat. Da er den aber schon im Early-Game in aller Regel spielt, also schon in der ersten Runde sehr häufig, hat er auch sehr häufig schon einen hohen Level und profitiert besonders stark von dem Elite-Marksman, der mit Level skaliert. Und hier vorne die beiden Optionen ist das eine, das ist der Double-Shot. Das heißt also, der macht einfach mehr Schaden an einem einzelnen Ziel. Und das hier ist einfach das Gegenteil quasi davon. Der macht weniger Schaden, aber dafür schießt er öfter. Das ist gut, wenn er statt wenige große Ziele gegen mehrere mittlere Ziele kämpft. Denkt nicht, dass er damit Scrawler besiegt. Das könnt ihr vergessen. Das wäre so ein Mindset-Up, den ich dafür empfehlen kann. Der elektromagnetische Schoss, das schellt, wenn er damit einen trifft, tut das halt die Fähigkeiten von dem Gerät ausschalten, von dem Gegner. Halte ich für völlig Blödsinn auf den, weil da, wo der draufschießt, tötet er den in aller Regel auch in absehbarer Zeit. Von daher wollte er die Fähigkeiten, da auszuschalten, lohnt sich nicht. Ausnahme wäre, wenn Ryan nun mit Selbstzerstörung kommt und ihr wollt nicht, dass da, wo ihr ihn ausschaltet, der platzt. Das ist nicht so witzig, aber ansonsten halte ich das für Käse, auf den drauf. Shooting Squad hier vorne, da tut er fünf Fangs spawnen. Ist völliger Blödsinn, die Fangs haben keine Reichweite, keine Laufgeschwindigkeit. Das heißt, ihr spawnt die Fangs da, der ist immer gleich hinten auf unserer Reichweite und der Laufgeschwindigkeit, da, wo die keine Bedeutung haben. Also das halte ich für völligen Blödsinn, die Fangs. Die können für den ein bisschen tanken, aber wenn ihr damit tanken wollt, dann Prost Mahlzeit, Freunde. Also der spawnt am Anfang ganz hinten und dann macht das keinen Sinn für den, die zu spawnen und die spawnen ja auch nur einmalig bei Start. Also ich würde da die Finger davon lassen, das macht keinen großen Sinn. Vielleicht, wenn ihr Fangs sowieso spielt und die auch verschiedene Fähigkeiten gibt, das nochmal, weil die fangen dann mit den Fähigkeiten an, wenn die spawnen, könnte eine Ausnahme sein. Würde ich mir die Finger davon lassen. Der Vulcan hat nur eine Aufgabe, ist ein Giant, die Masse zu entfernen. Ja, also der hat halt, der sieht doch schon so aus, der hat einen dicken Flammenwerfer, kann nur Bodenziele bekämpfen und egal wie groß der Blob ist, also unendlich viele Crawler, tut der einfach unendlich viel besiegen. Der hält den Flammenwerfer einfach auf den gegnerischen Blob, der hinzuläuft und tötet den. Unendlich viele. Also alle kleinen Targets und teilweise auch die mittleren Targets besiegt der ohne Problem. Fang weghauen, Crawler weghauen, was es auch ist, der macht alles kaputt, was klein und mittel ist. Vor allem aber klein. Seine Schwäche ist die Flanke, wenn die von hinten kommen, die Crawler, der steht jetzt an der Flanke und wird dann von vorne und hinten angegriffen. Der braucht ungefähr eine Stunde, bis er sich gedreht hat mit Flammenwerfer. Das ist sehr unangenehm. Das ist eine seiner Schwächen, kann man sagen. Bodenangriff natürlich ist die andere Schwäche, also nur Bodenangriff hat. Vergiss mal die Zahl, die da steht, der tötet trotzdem alles, was eben klein und mittel ist. Die haben ja meist noch nicht so viel Leben. Die Reichweite von dem könnt ihr erhöhen, das kann sich auch durchaus lohnen zu machen, weil er einfach sonst nicht an die Ziele rankommt, die an dem vorbeilaufen. Ansonsten, jetzt alle Abiligte durchgeben, braucht man glaube ich nicht, aber Amor ist zum Beispiel ein Blödsinn bei dem, weil Amor ist nur gegen kleine Ziele gut und kleine Ziele tötet der, also das macht gar keinen Sinn, auf den zu vergeben. Range ist halt gut, damit der Flammenwerfer wirklich gut schießt, halt fast von 100 auf 160, 140 Range wird er erhöht, dann schießt der Flammenwerfer über die halbe Map gefühlt, das ist sehr gut. Bedenkt hierbei, dass dieses Range Enhancement, was alle machen, sehr easy von so einem elektronischen Schuss ausgeschaltet wird. Also ich habe zum Beispiel nicht selten eine Einheit, zeige ich euch gleich beim Arclight, der schießt dann einfach da rein und dann sind die Dinger ausgeschaltet. Dann hat er das Essig mit der Range und das ist sehr tricky. Der Best Partner, da kann der sich halt hier einen Marksman dazu holen, halte ich aber auch für Blödsinn. Also er tut da dicke Tages bekämpfen, was ja für Marksman gut ist, aber ein Marksman bekämpft kein dickes Tages sinnvoll, also von daher ist das zu wenig. Was ich jetzt hier drin habe, hier unten ist die Incentedary Bomb, wo die das ausgesprochen wird, also so eine brennende Rakete. Dann schießt die Raketen auf den Gegner zu und dann brennt da der Boden und die hat eine richtige Reichweite. Da steht das da nicht bei, aber ich würde sie auf 180 Meter ungefähr schätzen. Der Vorteil bei dem Ding ist, ihr schießt das halt wirklich in die gegnerische Linie rein, das steht ja meist an der Front, in die gegnerische Linie rein und dann brennt in der gegnerischen Linie der Boden. Das ist, glaube ich, der Einzige in dem gesamten Spiel, der diese Fähigkeit hat und dann brennt halt einfach der Boden da. Also wenn du in der Backline, sagen wir in der mittleren Linie, wo du direkt reinschießt, dann stehen da meinetwegen ein Knubbel Melting Points, ist ja nicht selten, also das kann eine sehr sinnvolle zulässige Fähigkeit sein, weil es ja nicht die kleinen, sondern die dicken, langsamen Läufer bekämpft. Ist eine gute Option, aber auch nur in gewissen Bedingungen. Ja, der Rest ist Spielerei, also mehr Schaden braucht ihr eigentlich nie. Das kann ich auch rausnehmen, das ist Blödsinn da drin. Der hat genug Schaden, um kleine Dinger zu töten und sonst braucht er den Schaden nicht. Also das ist eigentlich völlig albernig, ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, warum ich es drin habe. Ich benutze den relativ selten, deswegen war es wahrscheinlich drin gewesen, aber es gibt da eigentlich keinen Grund, das reinzunehmen. Genau wie der Gneit hier eigentlich, und sieht der Gneit wahrscheinlich. Und die Rüstung, also eigentlich brauche ich das auch nicht. Das sind Sachen, die machen nicht viel Sinn da drin. So, dann gehen wir mal anders rum, wir gehen weiter hier durch. Das ist ja Melting Point. Melting Point ist wahrscheinlich die beste Einheit im Spiel, würde ich persönlich sagen. Einfach, weil die alle anderen Giants besiegt. Ich meine, jeden Giant, der existiert, besiegt die. Und sie besiegt tatsächlich auch fast jede andere Einheit, solange die nicht kleiner Minispam ist. Also ein Crawlerspam oder vor allem ein Fangspam, insbesondere mit Schild, wird den auseinandernehmen. Aber ansonsten besiegt er halt wirklich alles. Wie funktioniert dieser Laserstrahl? Also erstmal, er tut alle Ziele angreifen, auch eine Luft. Und das ist so, dieser Laserstrahl, das haben die rollenden Kugeln gleich auch, die Steel Walls, die zeige ich euch gleich nochmal. Der funktioniert so, dass der am Anfang wenig Schaden macht und je länger der auf dem Ziel ist, desto mehr Schaden macht der. Und der macht dann irgendwann so starken Schaden, dass es halt irgendwie 6500 Schaden alle 0,2 Sekunden ist. Das heißt also, der tut jedes Ziel vernichten, je länger er drauf hält. Jedes Ziel. Sogar wenn euer Headquarter getroffen ist, wo er normalerweise keinen Schaden mehr macht, lädt er trotzdem diesen Nicht-Schaden ja auf und wenn dann der ausgelaufen ist, der Debuff, dann ist auf einmal bam, tot der Gegner. Und das macht ihn super episch stark. Der ist super langsam, aber dafür tötet er alles in der Umgebung. Und er ist super tanky mit 42.000 Leben, also das ist astronomisch, wie tanky der ist. Bedenkt auch, dass das ebenfalls ein Ground Giant ist, was bedeutet, dass gewisse Karten auf denen gespielt werden können, die nur auf Ground Giants gehen. Ja, was kann man da reinnehmen? Also ich denke, da gibt es Reichweite mit das Beste, weil er so langsam ist, dann snipet er wirklich alles weg. Das ist ein absoluter Traum. Der Heal, hier kriegt er mehr Leben und heilt sich selber für Schaden, die er gemacht hat. Macht den eigentlich zu einem unbesiegbaren Biest, dann ist das auch der Main Tank schlechthin, der Kamerad. Außer wieder, wenn kleine Targets vor sind, dann heilt er sich eben nicht gut. Eigentlich braucht er den Amo nicht, aber tut er natürlich die Tank hier und das nochmal verstärken, wenn kleine Ziele auf denen zulaufen. Und hier vorne, der Energy Scattering bedeutet, dass er seinen Strahl fünfmal aufteilt, die dann weniger Schaden machen. Er hat auch weniger Reichweite, aber dann kann er eben, wenn er mit Medium zielen, also mittleren Targets komfortiert ist, kann er die gleichzeitig ausschalten. Also es ist dann nicht mehr gegen nur groß, sondern auch gegen Mittel gut. Gegen klein wird er nie gut, ja, das ist seine große Schwäche. Crawler Summoning ist Blödsinn, dass er alle 30 Sekunden zwölf Crawler holt. Crawler hat einen Wert von 100, für 300 könnte er es freischalten, wenn er die anderen freischaltet hat, kostet er nachher 500. Das wird sich niemals lohnen, ja, niemals. Und es spawnt auch nicht genug in einer Schlacht, ist alles Blödsinn. Theoretisch wäre es halt gut, weil die Crawler halt die kleinen Ziele gut bekämpfen, damit er die losgelöst wird von dem. In der Realität funktioniert das eigentlich nicht. Nicht mit der Rate von 30 Sekunden und nicht, wenn es nur zwölf von den Viechern sind. Genau, also den Rest brauchen wir eigentlich nicht erwähnen, da ist nichts bei. Also das macht keinen Sinn, wenn ihr auf jemanden draufschießt mit eurem Strahl, dann stirbt der, dann müsst ihr nicht bei dem die Fähigkeiten ausmachen, ne, das ist völliger Blödsinn. Vielleicht mit der Ausnahme von dem Rhino mit Selbstzerstörung, aber die haben aller Regel nicht so viel Leben, um den Down zu kriegen, das reicht, wenn er sich immer hoch hält während des Kampfs. Also mit die beste Einheit im Spiel, da könnt ihr fast nie was mit falsch machen. Ja, der Rhino selber, den gibt es in vielen Ausführungen, ist tatsächlich ein, ist kein Giant, ist ein Medium, den könnt ihr direkt am Anfang freischalten und aufstellen, also der kommt auch extrem früh, der Freund. Er hat einen kleinen, er schickt jetzt Nahkampf, aber der hat ein bisschen Flächenschaden, also der, je nachdem was er bekämpft, tut er zwei bis drei Leute gleichzeitig auch ohne den Wirbel zerstören. Also der ist wirklich gut gegen, eigentlich alle Targets, klein, mittel, groß, so langsam am Boden sind, der kann nicht in die Luft schlagen. Der kann wirklich jedes Target bekämpfen, egal ob das Masse ist oder wenig. Also ist wirklich ein absoluter Killer und hat auch 15 Meter pro Sekunde, ist also schnell wie eine Rakete, der läuft wirklich über das ganze Schlachtfeld, also ultra stark, ultra schnell und ist auch vom Haus her nicht mal un-tanky, und kann super tanky gemacht werden, entweder mit Rüstung gegen kleine Ziele oder hier mit dem HP-Zeug, wenn er einen zerstört, kriegt er das Leben von dem, was gegen mittlere und große Ziele sehr gut ist, dann ist es einfach mit der Full Life danach. Also ist super tanky, der kann alles in allem. Das Problem ist, dass er halt wirklich nicht gegen Luftziele kämpfen kann, das heißt, die kleinste Luftanheit zerstört den über Zeit. Aber ansonsten ist er halt super, super stark und die Ausführung, naja, die meisten Leute spielen als Tankiness mit Rüstung und dann eben hier mit dem Recycling, dass er sein Leben wieder bekommt, mache ich im Moment auch. Ich habe jetzt eine Zeit lang den Whirlwind ausprobiert, den halte ich für unnötig, ich muss den auch mal wieder rausnehmen und der Rage macht ihn nochmal schneller, also der schlägt schneller zu, läuft aber auch schneller, ich habe es wegen Laufen genommen, dann geht er halt auf 20 Meter pro Sekunde, halte ich für nicht unwichtig, weil der ja nur Schaden macht, wenn er am Gegner ran ist, also das würde ich auf jeden Fall reinnehmen. Das war Vödelpfands, dann dreht er sie einmal im Kreis und tötet alles, aber er tötet auch so alles, gibt es eigentlich keinen Grund für, also der Final Blitz ist die bessere Option. Der Final Blitz ist, der explodiert, wenn er tot ist und in 48 Meter Umfang, umkreist, zerstört er halt dann alles in der Höhe seiner Lebenspunkte. Das heißt, wenn der Gegner zwei Rhinos hat, braucht er nur einen Rhino mit der Fähigkeit, um beide Rhinos zu kontern, von da ist das eine hervorragende Konter gegen Rhino-Spam, aber auch sonst kann er ganze Armeen vernichten. Beachtet dabei, wenn er bei euch einen Reihen stirbt, bis ihr eure eigene Armee auch vernichten könnt. Das ist nämlich Friendly Fire, das Ding. Das ist schon tricky anzuwenden, das kann auch ein Eigentor werden. Aber ansonsten, sehr gute Einheit, wird nicht selten auch benutzt, um überraschende Flanken zu laufen, wenn der in der Backline auftaucht, nicht gekontert wird, läuft der einmal durch und macht alles platt. Das ist sehr angenehm. Eine sehr gute Einheit. Die Wespe ist sowas wie ein Hit-and-Run-Bomber, könnte man sagen. Also kann alle Ziele bekämpfen, Luft und Boden, ist extrem schnell, in 15 Meter pro Sekunde. Reichweite ist eher Nahkampf, könnte man fast sagen, mit 50 Meter. Tut schnell angreifen und macht guten Schaden. Und die Wespe selbst, die kann man beim Overlord gleich auch nochmal extra spawnen. Das heißt, wenn ihr die hier auflevelt mit Fähigkeiten, haben die Overlord-Wespen das ebenfalls. Was könnt ihr mit dem Ding machen? Es gibt da verschiedenste Sachen, also da hat man mit am meisten Auswahl, wie ihr seht. Ich persönlich mache jetzt folgendes Setup, ich habe den Jump-Drive drin, das bedeutet für sehr wenig Geld, also 50 ist extrem wenig, könnt ihr die Wespe einfach auf dem Spielfeld umstellen. Das heißt, ihr könnt die Wespe erst im Center anfangen lassen, dann kommt die Center-Counter, dann hat sie eine Flanke, dann kommt die Flanke-Counter, dann geht ihr auf die andere Flanke, dann kommt da die Flanke-Counter. Also ihr könnt die Wespen hin und her springen lassen und nach Bedarf da einsetzen, wo ihr sie hinhaben wollt. Das macht die wirklich für eine unglaublich wertvolle Einheit, weil jede Flankendeckung, die der Gegner aufgestellt hat, gegen die Wespe, wenn ihr nicht mehr da seid, ist einfach eine Einheit, die nicht an der Hauptschlacht teilnimmt. Und da hast du schon einen sehr, sehr starken, über 50, auch ein totales Sonderangebot. High Explosive hier vorne benutze ich eigentlich gar nicht im Moment, aber einfach damit die Flächen, damit die halt in Massen an Targets bekämpfen können. Im Grunde genommen nur gegen Funks sinnvoll und gegen Scrawler, aber da gibt es andere Targets, andere Möglichkeiten und selbst dafür, die kommt ja mit ganz vielen Modellen, das sind zwölf Einheiten, also die löschen auch eigentlich ohne dieses Upgrade, alles aus, das ist völliger Blödsinn eigentlich drin zu haben. Ich muss die irgendwann mal ausbessern, ich nehme das halt irgendwie alles nie. Eine Ignite könnte man theoretisch reinnehmen, dann kann man halt dicke Targets mit ausschalten, das machen die aber auch noch relativ gut. Also es gibt eigentlich nicht viel, was man da reinpacken muss. In die Aufleveln kann man hier vielleicht noch was machen, also ich bin mir selbst auch nie ganz sicher, das mit der Range habe ich noch nie benutzt. Die sind ja schnell mit 15 Meter pro Sekunde, aber da braucht man die Range in aller Regel nicht. Ich versuche es einfach mal auf Spaß, mal sehen. Genau, der Ignite gegen dicke Targets, wie gesagt, da sind wir die runtergrindete Lebenspunkte. Und hier, das mit der Ground-Spezialisierung ist halt 200% mehr Schaden gegen Bodenziele. Dann könnt ihr halt einfach alles vernichten, was am Boden rumläuft. Also eine sehr gute Einheit. Und bedenkt, dass wie gesagt, dass der Overlord die Spawn kann regelmäßig, in einem relativ guten Rate. Das ist die einzige Spawner, die Sinn macht und dann könnt ihr die abwärts dafür auch verwenden. Mustang, die beste Flugabwehr im Spiel. Also schießt halt Boden und Luftziele ab, hat eine solide Reichweite, eine sehr gute Feuerrate und deswegen gegen kleine Tagesguts auch extrem schnell. Und der Mustang ist jetzt so ein Alleskönner, ja. Also der kann wirklich verschiedene Dinge machen. Der kann mit dem Missile Intercept, kann der zum Beispiel von dem Stormcaller, diese Adlery-Raketen, kann der aus der Luft holen. Da gült allerdings auch, dass ein Mustang nicht einen Stormcaller kontert von der Adlery, die kommt. Da gehen immer ein paar Raketen durch. Also um so sicher abzufangen, die Raketen, braucht ihr auf jeden Fall zwei von denen. Das bringt nichts, wenn ihr, sagen wir mal, 80% der Raketen abfangt. Die 20%, die durchkommen, vernichten euch trotzdem. Ja, aber ihr könnt einen Raketenabwehrschirm damit schon aufbauen und nehmen noch andere Funktionen. Aerial Spezialisierung bedeutet, die schießen Luftziele ab, viel, viel besser als vorher. Also hier, Increase 75%, den Angriff. Das ist schon sehr heftig. Also die machen wirklich Schaden an Luftzielen wie doof. Und 25 Meter mehr Reichweite oben drauf. Also das sind wirklich die besten Anti-Air, die es gibt im Spiel. Zumindest Preis-Leistung. Ja, Armour-Piercing könnt ihr nochmal, ne? Das kombinieren, wenn es dicke Luftschiffe sind. Hier vorne, das ist der Splash. Theoretisch gegen kleine Targets in der Praxis. Auch hier gibt es da bessere Antworten drauf. Und da braucht man, also im Prinzip schießen die Crawler auch so gut genug ab, ne? Aber wenn ihr mit denen einen Scroller tanken wollt, das könnt ihr vergessen, dann braucht ihr das, wenn ihr den von Scroller stellt, der den gleichen Level mit Upgrades hat. Aber das passiert halt nicht. Das solltet ihr eh nicht machen. Und hier die Reichweite erhöhen. Also, wenn ihr dieses Reichweite habt, mit dem wir da unten, dann schießen wir über die ganze Map, ja? Auch für die Raketen will das. Und da habe ich die unten auch drin und kann die als Kombo benutzen. Also es ist wirklich universell einsetzbar gegen alles, was sich bewegt. Macht aber keinen Schaden in großen sinnvoll. Das kann man nicht sagen. auch in den Overlord, der aufgelevelt hat oder so, der tanky ist, ne? Oder einer der Panzerung vor allem vergibt. Nur mit 37 Angriff, also ein Panzerlevel, tut 60 Schaden reduzieren. Sobald die Panzerung haben, macht der nix mehr, ne? Steel Ball. Der erste richtige Tank, wenn man das so nennen möchte. Nur gegen Wohnziele. Hat dieselbe Kanone wie der, äh, äh, Dings da, der, 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 äh, der hier, der Melting Point. Dieselbe Kanone. Allerdings kommen die halt in vier Modellen, vier davon. Das heißt, er hat das viermal das Ding. Lädt sich aber auch nicht ganz so stark auf, ja? Also trotzdem kann man große Targets gut damit bekämpfen. Also er ist wirklich jemand, wenn der Gegner Lebenspunkte hat, der grindet die einfach weg, die Lebenspunkte. Ich guck mal, ein Smiley. Der, der, der grindet die auf jeden Fall weg, die Lebenspunkte. Das ist guter Anti-Tank. Ist selbst auch noch tanky, hat auch viele Tank-Fähigkeiten, den ich gleich zeigen werde und ist riesig schnell. Das ist nochmal ein wichtiger Punkt vielleicht. Also von da hat man dann hervorragenden, ähm, wenn man schnell auf die gegnerischen Tanks möchte, ja? So, jetzt kann man da ausgeben. Ja, Reichweite. Das ist sicher nicht verkehrt. Also gerade wenn ihr gegen einen Rhino gehen wollt, der hackt euch sonst ein bisschen zu schnell in Stücke, meiner Meinung nach. Die Reichweite gibt es euch die Zeit, um die Kanone aufzuladen. Ähm, Damage-Sharing, das haben wir gleich noch beim anderen Panzer. Die Fähigkeit kommt öftiger vor. Bedeutet, dass sie sich gegenseitig connecten, mehr Lebenspunkte haben und dann die Lebenspunkte teilen. Das heißt also, wenn einer davon die vier Schaden nimmt, wird der Schaden gleichmäßig über alle vier Modelle aufgebaut, äh, geteilt. Was ja erstmal gut klingt. Äh, das Problem ist, dass der sogenannte Overkill-Schaden dann auch auf die Modelle aufgeteilt wird, ja? Also es gibt ja mal so, sagen wir, ihr habt 500 Leben und der Gegner macht 1000 Schaden an euch. Dann sei ihr Modell tot und 500 Schaden ins nichts gegangen. Wenn die so connected sind, äh, dann gehen alle 1000 Schaden in alle Modelle auf einmal rein, ne? Das ist schon sehr brutal. Ihr könnt diese, diese Connection hier auch so machen, wenn ihr zwei Squads nebeneinander habt, also acht von denen statt vier und die dicht beinsammen stehen, dann sind alle acht miteinander verbunden, so dass der Schaden noch gleichmäßiger aufgeteilt wird und ihr stellt euch mal vor, ihr habt auf einmal 16 von denen verbunden, denkt ihr euch unbesiegbar und dann hält irgendwie so ein Melting Pot, hält dann seine Laserkanone da rein und fräst einfach euch weg und die tun alle gleichzeitig explodieren. Also diese Ability, wenn ihr die connected, das kann ein riesen Eigentor werden, ein riesengigantisches Eigentor, ja? Also müsst ihr abwägen, wann ihr die connecten wollt, oder was anmachen wollt und wie viel ihr von denen zusammenschließen wollt, aber wenn dann der Gegner mit einem Laserstrahl da reinhält und sei es nur mit einem Steelball-Laserstrahl, das kann schwer ins Auge gehen, da kann ich nur vorwarnen. Aber Tankiness ist dann schon mal da. Also vielleicht für die letzte Runde gut, wenn der Gegner nicht mehr drauf reagiert. Ja, ansonsten Tankiness hier vorne, wenn man was tötet, gibt es Crawler, das tankt ja auch so ein bisschen und hier vor allem die Rüstung nochmal erhöhen, weil die sind ja nicht gut gegen kleine Ziele, das ist eher gegen Mittel bis Groß und kleine bekämpfen die sehr schlecht, weil die Laserkanonen sich bei kleinen zu häufig aufladen muss und dann ist die Rüstung gut, damit die kleinen Viecher eigentlich die ganze Zeit nerven. Ja, also das kann schon Sinn machen da drauf. Hier ist nochmal der Heal, wenn man möchte. Das könnte man zum Beispiel kombinieren mit dem Ding, das und Heal, dann werden die über mehr Tankiness laufen. Muss man mal gucken. Also tatsächlich glaube ich sogar, dass ich das mal machen will, weil das mit den Dings funktioniert sowieso nicht. Mit dem, was ich da gerade drin hatte. Ich versuche das mal, aber das kann ich noch nicht viel zu sagen, das habe ich noch nicht gemacht. So, die Fangs, die sehen ja riesig aus, aber ihr seht schon, wie der Infantrist ist von der Größe, die sind total winzig im Spiel. Das sind eigentlich Infantristen im Spiel, kann man sagen, da hat ein Schutzschild in der Hand oder was das sein soll und hier eine Kanone. Können alle Ziele bekämpfen, sind ultra langsam, also ein Giant läuft sechs Meter pro Sekunde, der läuft auch sechs Meter pro Sekunde. Das ist ja wirklich katastrophal, wie langsam die sind. Das ist halt schon ein Problem, weil nicht selten wollt ihr, dass die halt vor dem Giant laufen. Reichweite mit 80 ist eigentlich noch solide dafür, aber aufgrund der Geschwindigkeit kommen die fast nie ins Ziel, habe ich das Gefühl. Auch mit der Angriff 54 bedeutet, dass wenn der Gegner einfach Rüstung ausgibt, dass er keinen Schaden mehr in dem macht. Also auch hier die 100 Leben oder was er da hat, das bedeutet einfach, da geht ein A-Gleitschuss oder so rein, bam, platzen direkt fünf davon. Was man jetzt machen kann mit dem ist, Reichweite erhöhen ist natürlich eine, Sache, damit der mal öfter zum Kämpfen kommt. Dieses Schutzschild finde ich am allerbesten und zwar hat dieses Schutzschild die Fähigkeit, dass er dem, klar, das Leben verdoppelt, könnte man sagen, aber eben auch die erste Fähigkeit, der erste Schaden, der enttrifft wird, negiert dadurch. Das heißt also dadurch, also der erste Schaden, der er trifft, tötet ihn normalerweise, weil er keine Lebenspunkte hat, aber das Schild sorgt dafür, dass jeder zweimal getroffen werden muss jetzt. Das schützt sich zwar nicht vor Flächenschaden, wirklich sinnvoll, wie ich finde, aber vor allem anderen Sachen eben. Also das macht den ultra nützlich, die Vespa hat das ebenfalls, das Schild, kann ich sehr empfehlen. Ja, Reichweite genau, hatten wir ja. Den Rage, damit er ein bisschen schneller ist, also, da muss man halt dazu sagen, der läuft 6 Meter pro Sekunde, mit Rage macht er den auf 11 Meter pro Sekunde. Ja, also er verdoppelt den eigentlich fast von der Geschwindigkeit. Das ist für den schon sehr astronomisch schnell und das ist ja sonst ein ganz guter Allrounder. Und mehr Schaden. Ignite gegen dicke Monster. Ja, könnte man überlegen, weil tatsächlich dicke Monster die selten Probleme nicht zu bekämpfen. Ziele, also ich könnte mir vorstellen, dass das halt, ne, der Melting Point genauso ein Ziel ist, wie der Fortress. Der Vulcan wird ja einfach wegbolzen, egal was der hat. Aber die beiden könnte der theoretisch bekämpfen. Den wird er wahrscheinlich auch besiegen ohne Ignite, halt nur ein bisschen schneller mit der Ignite und den eigentlich auch. Und man könnte Ignite beipacken, wenn man die bekämpfen will. Dafür würde ich ihn aber nicht kaufen. Äh, genau. Crawler. Das ist der kleine Zerg im Spiel. Hat viele Fähigkeiten. Ja, nur Bodenangriff ist super schnell. Kostet nur 100 im Spiel. Das heißt also, noch umsonst zum Freischalten. Hat auch die besten Karten im Spiel. Zum Beispiel, dass man die umsonst upgraden kann. Ein Upgrade von denen auf dem nächsten Level kostet 50 Punkte normalerweise. Aber es gibt so eine Karte, der kostet 0 Punkte. Das ist auch ganz nice. Und ja, man kann das Vieh tatsächlich überall hinstellen. Einfach mal für eine Flanke 100 Punkte ausgeben, ist nicht verkehrt. Gerade im Late Game. Ja, und das Vieh ist halt einfach sehr, sehr schnell. Das ist nicht stabil, wie ihr hier seht. Ja, also es wird auch sehr schnell getötet. Aber was es halt machen kann, ist halt, es kann ja diese Buddelfähigkeit machen. Dann nimmt es halt 70% weniger Schaden und buddelt sich auch auf den Gegner zu sehr schnell. Und da kommt man halt eigentlich an jedes Tage dran zum Kämpfen. Ja, außer da steht ein Vulkel mit Flammenwerfer vor euch. Arclights und andere Flächendinger machen es allerdings auch sofort tot. Dann habt ihr hier vorne dieses, wo man den Boden so grün macht, wenn er stirbt. Und wenn dann was da drin steht in dieser grünen Seuche, dann werden die langsamer und verlieren Lebenspunkte. Und Defense verlieren sie auch ein bisschen. Das ist für das Late Game besonders stark, wenn ihr es schafft, dass die Viecher da sterben, wo die Gegner stehen bleiben. Also zum Beispiel die Adelrie an einer bestimmten Position stehen bleibt oder die Giants irgendwo stehen bleiben. Also Bodenziele natürlich nur. Und da das grüne Zeug dann liegt, also wenn ihr es wirklich schafft, das genau zu teilen, wo das stirbt, das ist teilweise möglich, dann kann das ganze Armeen vernichten. In aller Regel ist das grüne Zeug so, dass wenn der Gegner durchläuft, dass nichts passiert. Der muss wirklich stehen bleiben, außer für die Leute die 6 Meter pro Sekunde gehen. Dann, was die meisten machen werden, ist das Replicate. Das heißt, wenn er einen tötet, dann holt er sich einen neuen Crawler, wird daraus gebastelt. Die meisten kombinieren das hier mit dem Unter-Urge-Gen und dem Replicate, dass eben mehrere davon wiederkommen. Dann sind es aber immer noch Crawler, die einfach easy gekontert werden im Middle- und Late-Game. Also das würde ich mir zehnmal überlegen, ob ich es will, weil es doch relativ teuer zum Freischalten ist. Also die kostet ja jetzt 500, aber wenn ich das ausgegeben habe, kostet es nicht mehr 500, sondern weiter drüber. Hier wird er einfach schneller und stärker, aber auch da hat er eine Nützlichkeit sehr schnell getan. Also es ist eine nette Einheit sicherlich, aber also wie der im Late-Game einen Nutzen hat, meiner Meinung nach, kann man das eigentlich, muss man das drin haben mit diesem grünen Zeug am Boden. Oder halt für eine einzelne Flanke. Der Overlord. Sekunde. So, weiter geht es im Guide. Overlord. Ja, das Schlachtschiff. Also wer kennt ihn nicht? Das ist eines der größten, das größte Schiff, was es gibt im Spiel. Wird eigentlich fast in jeder Runde gespielt, habe ich manchmal einen Eindruck. Und was kann das? Es kann alle Ziele bekämpfen. Dabei ist zu beachten, dass es in der Hauptkanone, die es benutzt, einen Flächenschaden hat. Also der macht nicht nur einfach hier seine 3.000 Schaden, 3.700 irgendwas, sondern macht Flächschaden. Also sowohl für Luftziele als auch für Bodenziele. Das bedeutet, er kann wirklich kleine bis mittlere Blobs ganz gut ausschalten. Bei den kleinen Blobs müsst ihr aufpassen. Also gerade das Crawler, die laufen einfach links und rechts an dem vorbei. Da kommt ihr den Schüssen teilweise nicht hinterher von der Geschwindigkeit. Aber eigentlich sehr gut gegen Flächenzeugs. Zum Beispiel Westen oder Phönix oder sowas aus der Luft zu holen, sei denn ihr im First Shot. Also dafür ist er ganz gut. Er ist auch ganz tanky, ist relativ schnell, muss man sagen. 10 Meter pro Sekunde ist jetzt keine super langsam für einen Giant. Reichweiten sind solide. Schießt halt sehr selten. Das ist halt das Problem, dass die Leute jetzt hier gar nicht vorbeilaufen können. Der wird halt besonders dadurch gut, dass der halt hier vorne verschiedene Fähigkeiten hat. Auch eine Riesensammlung. Gehen wir sie mal kurz durch. Mehr Reichweite ist glaube ich selbst erklärt. Könnt ihr einfach diese Schüsse wo anbringen. Da die Schüsse ähnlich wie eine Rakete sind, sehr langsam fliegen, erreichen die nicht immer das Ziel. Je nachdem, was das für ein Gegner ist. Mothershit bedeutet, dass der Westen spawnt. Und tatsächlich, die vier Westen, die er spawnt, die spawnt er vor ihm. Ich nehme die nicht hinter ihm. Also bei dem Fortress werden ja die Fangs nehmen und hinter ihm gespawnt, statt vor ihm, was sehr blödsinnig ist. Und die Westen werden aber vor ihm gespawnt. Das heißt, die Westen, die er spawnt, die haben eine gewisse Tank-Funktion. Also wenn der Melting Point zum Beispiel auf ihn drauf, fällt er sofort tot, der Overlord. Wenn da aber vier Westen vorher sind, dann tanken die das eben weg von dem Melting Point, weil die dann erst anvisiert werden. Also die Westen hat eine sehr hohe Bedeutung hier, einfach damit das eine Tanking-Funktion hat. Auch um gewisse kleine Ziele abzufeuern, also die ich für jeden Scheiß an der eigenen Kanone benutzen muss. Ein Jump Drive, wie bei jeder Jump Drive, einfach um es umzupositionieren. High Explosive Ammo benutzt, glaube ich, keiner, tut den Splash erhöhen, aber der Splash ist schon groß genug, also ich glaube nicht, dass man den jemals braucht. Field Maintenance ist, glaube ich, die beliebteste. Wenn er irgendwann mal Schaden genommen hat, dann heilt er sich halt, sein Leben. Machen eigentlich fast alle auf ihn drauf, weil er ja ultra-Tanky dadurch wird, ja. Da muss nur ein dummer Mustang draufschießen, dann heilt er sich halt full life danach. Launcher Overload macht, glaube ich, ganz wenige im Moment. Heißt, der Overloads Attack-Intervalls reduziert, das heißt, er schießt halt häufiger und dafür der weniger Reichweite. Die Leute wollen die Reichweite nicht opfern, aber man muss halt sagen, dann schießt er halt alle zwei Sekunden, ja, statt alle vier. Das ist schon brutal gut. Also das würde ich nicht, also ich würde schon sagen, das hat einen sehr hohen Nutzensfaktor. Ich habe es nicht drin, weil ich, ich spiele ihn eigentlich im Moment gar nicht richtig. Also den spielt halt jeder, das ist ein Countdown auch jeder und ich bin kein großer Freund von dem, aber der hat schon eine gute Bedeutung, der kann ganze Spiele gewinnen. Photon-Emissionen habe ich jetzt drin, ich benutze ihn als Tank, das ist so ein Ding, das, wenn ihr den in der Startaufstellung habt, dann werden für 18 Sekunden alle eure Einheiten im Umkreis von 100 Meter, nehmen die 40% weniger Schaden und negative Effekte wirken bei denen nicht. Das heißt also, damit kann man tatsächlich, wenn man den in die Front stellt, die gesamte Front für in der Eröffnung beschützen. Also 18 Sekunden, wenn die Frontlinien aufeinander stoßen im Late Cam, kann halt gigantisch viel sein. Das ist eine sehr, sehr gute Fähigkeit, die ich persönlich finde. Normal gibt es das auch in einer Karte drin, das ist einfach mit einer Karte, das über alle vier Runden über die Front verteilt. Das gibt es ebenfalls, aber der hat das dann in jede Runde eingebaut umsonst. Also kann ich es sehr empfehlen. Für mich ist das jetzt einfach ein Support-Ding, was als Tank-Funktion ist und der ist ja eh in der zweiten Reihe. Ein bisschen Feuer-Support. Also ich glaube, dass das gut funktioniert. Ja, Amor, das bringt nur was wenn kleine Viecher auf ihn ballern. Also wer kann auf ihn schießen? Na, Mustang und Fungs. Das sind die kleinen Dinger, die auf ihn schießen. Ich glaube, alles andere könnt ihr vergessen. Nur dafür ist der Amor. Das ist schon sehr spezifisch, muss man sagen. Ich glaube nicht, dass jemand Mustangs oder Fungs als Hardcore aus dem baut. Vielleicht den Mustang, weil der eben diese Anti-Air-Geschichten hat. Aber selbst da wäre ich vorsichtig, weil der hat halt das Blechschaden, wo er auch die Mustangs auseinander nimmt. Also da weiß ich nicht, ob man den Amor wirklich brauchen sollte. Die Shipboard-Artillerie, ich weiß nicht, ob es richtig geschrieben ist, weil das heißt ja nicht Artillerie, sondern das ist Ritterly oder so. Und da steht ja auch, dass der erste Schuss irgendwie 120 Schaden macht und nach jedem Level dann 112.000 nochmal mehr. Also mein Eindruck im Moment ist, dass der Schaden von, dann kommen diese Kanonen dran. Also das Modell, was ihr gerade seht, das sieht normalerweise so nicht aus. Das sieht nur so aus da unten mit den Doppelkanonen, wenn ihr die Artillerie dran gemacht habt, wenn ihr die unten ran geschraubt. Also es scheint im Moment nicht richtig zu funktionieren, wenn man den Tooltip durchliest. Ich habe mal ran geschraubt, ich habe den Eindruck, man sieht wirklich vom Schaden nicht besonders viel. Also ich glaube, dass da wirklich der Fehler vorliegen könnte, dass der einmal 12.000 Schaden zu wenig macht. Was natürlich eine Katastrophe ist. Ja, das war es eigentlich dafür. Also die meisten bauen den, glaube ich, auch als Tank auf. Ich spiele ihn persönlich sehr selten im Moment. Ein Vorteil von dem ist halt, dass es eine Karte gibt, die ihr direkt am Anfang ziehen könnt, wo ihr Lufteinheiten umsonst freischalten könnt. Und ein Giant umsonst freischalten ist natürlich immer super nice. Also der ist relativ beliebt. Bei mir jetzt immer weniger in letzter Zeit, weil das ja einfach zu kontern ist. Aber er hat seine Bedeutung. Sturmkohler ist die Artillerie, wohl die schwierigste Einheit im ganzen Spiel zu steuern, wie ich persönlich finde. Weil wenn die falsch aufgestellt ist, dann funktioniert gar nichts. Also damit die wirklich Schaden macht. Also jeder, der sich bewegt, trifft die nicht. Es sei denn der 6 Meter pro Sekunde. Wenn die Raketen dann auf ihn abgeschossen werden, trifft er den auch in Bewegung. Alle anderen nicht. Heißt also, Fangs könnte der vernichten, Giants könnte der vernichten in der Bewegung. Alle anderen laufen einfach an den Schüssen vorbei. Die müssen dann stehen bleiben. Hat sehr viele Fallstricke. Da muss man ein eigenes Tutorial zu machen. Das kann man hier gar nicht alles abhandeln. Ich habe ein paar Videos, wo ich das mal zeige, wie ich das anwende. Und sage ein paar Sachen dazu. Ich kann jetzt nur sagen, man kann ihn zum Beispiel horizontal, dass die Standardaufstellung aufstellen, also nebeneinander oder hintereinander vertikal aufstellen. Und wenn man vertikal aufstellt, könnt ihr auch schnellere Einheiten treffen, die euch zulaufen. In aller Regel funktioniert das Ding aber wirklich nur gut, wenn die jegnerische Linie aus irgendeinem Grund stehen bleibt. Wenn ihr halt eure Leute schießt oder wenn ihr ein Tank habt, was den blockt oder wenn die durch das grüne Zeug am Boden verlangsamt werden oder wenn ihr einen elektronischen Schuss macht, wo die verlangsamt werden oder einen elektronischen Sturm drauf haben, dass die verlangsamt werden. Es gibt schon Möglichkeiten, dass der Gegner langsamer wird und nur dann entfalten ihre volle Tragfähigkeit, also was sie machen können vom Schaden. Vergessen wir die Zahlen, die da stehen. Dem macht unendlich viel Schaden, wenn der trifft. Das ist immer der höchste Damage, den ihr je sehen werdet in der Einheit, wenn denn die Raketen treffen. Das bringt mich zurück zum nächsten Punkt. Wann treffen die Raketen denn immer, unabhängig von allen anderen Faktoren, wenn der Gegner Schilde benutzt? Die Schilddome sind so groß und gewaltig, dass die Raketen jede Rakete trifft. Und das heißt, dass die Schilde astronomisch viel Schaden von ihr nehmen. Also wenn der Gegner Schilde durchstören, dann nimmt ein Stormcaller, das heißt Caller übrigens, unten sieht es nochmal genau, das ist irgendwie endlich geschrieben hier. Also wenn der Gegner Schilde hat, ist das die beste Einheit, die ihr haben könnt. Die vernichtet alle Schilde. Reichweite habe ich glaube ich mal auf 290 Meter gebracht, also da kann man auch bis gegnerische Headquarters schießen. Das ist ganz angenehm. Schießt aber immer auf das nächste Target natürlich. Nur Bodenansgriff natürlich, muss man auch noch erwähnen. Was können wir hier machen? Reichweite verbessern, diese Electromagnetic Explosion macht die langsamer die Gegner und tut Fähigkeiten ausschalten. Je nachdem was das ist, das Westenspawn zum Beispiel oder Explosion vom Rhino. Also je nachdem was euch stört beim Gegner, könnt ihr es ausmachen. Ansonsten könnt ihr mehr Schaden machen. Also es gibt die Möglichkeit bei dem Gerät hier, so habe ich es jetzt eingebaut, das hier vorne zu machen, dass ihr mehr Schaden macht, dafür langsamer schießt. Oder, dass ihr das hier vorne macht, dass ihr schneller schießt, aber weniger Reichweite habt. Dann müsst ihr gucken, was für eine Art von Gegnerfurcht zukommt. Dann loset ihr das eine oder andere. Ich glaube mehr. Also die hat auch noch diese Incentedary Bombs hier vorne, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen. Die habe ich tatsächlich auf der Adrien noch nicht benutzt. Ich glaube, die ist ein bisschen anders als beim Dings. Genau, also ich glaube, dass das für den normalen Attack ist, weil die heißen genauso wie bei dem Vulcan. Ist aber eine andere Fähigkeit, das ist ein bisschen verwirrend tatsächlich. Die habe ich tatsächlich schon mal verwendet. Doch, doch, ich erinnere mich wieder. Da, wo die Raketen einschlagen, gibt es einen Brand am Boden. Hier aber das gleiche Problem. Also erstmal, eure eigenen Leute brennen da drin auch ab und das andere Problem ist, die Gegner müssen stehen bleiben. Wenn die Gegner da drin stehen bleiben, können die Raketen die sowieso schon töten und von da hat dieser Brand eigentlich keine Bedeutung. Und da habe ich es dann mal so wieder rausgenommen. Jo, das war eigentlich die Adlerie. Ist ein Ledgehammer, ein schwerer Panzer. Hat tatsächlich, wie der Name vermuten lässt, ist halt ein Panzer, ist extrem langsam. Kann nur Bodenziele bekämpfen, das ist vielleicht auch erwähnenswert und Reichweite solide. Was bei dem jetzt so außergewöhnlich ist, fünf Modelle, ist, dass der das Blechschaden hat. Also der kann halt kleine Targets in Rekordzeit wegpusten und mittlere Targets auch noch gut gegen. Aber kleine Targets, weil es fünf Modelle sind, die jeder einzelne Blechschaden machen, ist gigantisch. Also Crawler, Fangs, Mustangs, kann der alle wegräumen, ohne jedes Problem. Also es ist wirklich ein hervorragendes Waffensystem. Und dann ist er eben auch noch Tanky und eben entsprechend habe ich auch die Tankiness hier vergeben. Field Maintenance, dass er einfach sich selber heilt und hier vorne, weil er gegen kleine Targets kämpfen, mit ein bisschen Rüstung bei Bedarf macht. Hier vorne einfach Geschwindigkeit, wenn man möchte, das braucht man eigentlich nicht unbedingt, aber auch hier gilt. Das macht ihn relativ schnell, weil er ja von Haus aus sehr langsam ist. Ich glaube, Reichweite bei dem erhöhen ist auch ganz gut. Also er ist eigentlich Anti-Small, der tut Anti-Small, arbeitet der und hat eine Panzerungsfunktion. Ihr könnt ihn hier vorne noch mit Damage-Sharing machen, ähnlich wie der Steel Wall, wenn ihr euch erinnert. Auch da das gleiche Risiko, wenn so viele geschnüpft sind und dann hält halt jemand mit so einem Laserstrahl rein, dann platzen alle gleichzeitig. Also das ist hier der gleiche Fallschritt. Elektro-Manager-Shot, ich bin nicht sicher, wofür das gut sein soll auf dem, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass das eine große Wirkung entfaltet. Der Hacker ist eine Einheit, die keinen Angriff hat. Also da ist sie einzigartig, die Einheit. Ist wirklich ein Hacker selber. Der hat auch so eine Art Laserstrahl, der aber den Gegner hackt und zwar greift er das Leben des Gegners nicht an, sondern der Lebensbalken des Gegners wird mit einem Hackerangriff aufgeladen und wenn der voll ist, übernimmt er den Gegner. Danach gehört er euch für die Schlacht. Das Problem ist, wenn der stirbt, bevor der Hackerangriff erfolgreich war, dann war der Fortschritt umsonst und ihr habt nichts erreicht, ihr habt noch nicht mal Schaden gemacht, wie andere Einheiten das machen. Das heißt, von da ist das eine Alles-oder-gar-nix-Einheit. Das Problem bei der Einheit ist, dass die, wenn der Level 1 ist, hat er kaum eine Chance, den anderen Level 1 Giant zu knacken. Also damit der wirklich einen Erfolg hat, irgendwas zu knacken, solltet ihr mindestens den gleichen, wenn nicht einen höheren Level sogar haben und nicht selten müsst ihr drei oder vier Hacker aufschalten, um eine Einheit zu knacken und auch hier, dass so ein Strahl, der halt auflädt, es lohnt sich nicht, kleine Einheiten zu knacken. Das dauert viel zu lang und hat auch keinen Wert. Also ihr wollt damit eigentlich nicht mal Medium-Einheit holen, das lohnt sich auch kaum. Ihr wollt halt die Giants damit übernehmen vom Gegner. Ein Rhino, der ein Item hat, der aufgelevelt ist, den wollt ihr haben, den wollt ihr euch nehmen. Meinetwegen auch Luchteinheiten kann er nicht hacken. Wohlkenn vielleicht klauen, aber in der Regel tut man Rhinos-Klauen damit. Vielleicht einen Melting-Point-Klauen. Das ist dafür da. Und damit er halt genug Zeit zum Hacken hat, hat er Überlebensfähigkeiten. Also Barrier gibt ihm halt ein Schutzschild und dann lebt er halt länger. Also sagen wir mal so, er ist schwer anzuwenden. Ich persönlich habe öfter Probleme als Erfolg mit dem. Ich habe auch schon Spiele gehabt, da hat er das Ganze gedreht. Was er ausgeben kann, ist Enhance-Control. Wenn er einen übernommen hat, kriegt er wieder 100% Leben zurück. Und da ist jetzt, glaube ich, wie er funktioniert. Wenn ihr den wirklich benutzen wollt, der lädt nicht den Max-Live auf, bis er den gehackt hat, sondern der Hack lädt auf, bis er ihn übernimmt, bis zu dem Leben, was er aktuell hat. Das heißt, wenn ihr einen Gegner auf 1% Leben runterbringt und in der Sekunde übernimmt er den, also tut er den hacken, dann wird er halt instant gehackt. Dann ist der Hack-Vorgang sofort abgeschlossen. Das heißt also, wenn ihr das so rummacht und dann Enhance-Control habt, dann wird er nach dem Hacken wieder 100% Leben. Also nochmal ganz kurz, ihr beschädigt einen Gegner, dann ist er einfacher zu hacken und mit dieser Fähigkeit wird er mit Enhance-Control, kriegt er die Lebenspunkte sofort nach dem Hack wieder. Und das ist, glaube ich, die beste Methode, den anzuwenden. Also besser als 5 Hacker aufzustellen ist es, den Gegner Low-Life zu machen, das abzuschätzen, wann der wohl Low-Life ist und dann kommt ein Hacker hin und übernimmt den einfach. Das ist, glaube ich, die beste Kombo, die ihr mit dem spielen könnt. Das erfordert aber sehr viel Feingefühl. Das ist sehr schwierig. Wenn ihr es schafft, also ich habe eben ein Spiel gehabt, da habe ich die ganze Runde, alle Runden verloren und in einer Runde habe ich dann den Gegner seine Key-Einheit gehackt, so ein Level 5 Rhino mit Items und dann wurde der gemassakert durch seinen eigenen Rhino. Das ist schon gigantisch. Also sehr schwer anzuwenden, wie die Art Lurie, sehr schwer anzuwenden, aber kann extreme Auswirkungen haben. Arc-Like, vielleicht die zweitschlechteste Einheit im Spiel. Ist doch schwer zu sagen. Also ich persönlich denke, dass sie eine schlechte Einheit ist. Aber sie hat ein bisschen Anwendung. Was macht er denn? Der macht Flächenschaden für Bodenziele, also ganz gut im Early-Game, um Crawler, Mustangs und sowas kaputt zu machen. Schießt da rein, tötet immer 4, 5 gleichzeitig. Dafür ist er gut zu haben. Solide Feuerrate, solide Reichweiten. Ist ein bisschen langsam, aber der ist gut, um kleine Tages im Early-Game zu bekämpfen. Und ihr könnt ihn später halt aufrüsten. Ihr könnt ihn halt hier wirklich machen, dass er eine gute Reichweite hat. Halte ich bei ihm für nicht so notwendig unbedingt. Ihr könnt halt Sachen, elektromagnetischen Schoss ranmachen. Weiß nicht, ob man das unbedingt braucht. Ihr könnt das aufladen, dass er mehr Schaden macht. Aber naja, also der macht sowieso nie mehr Schaden. Also die kleinen Tage zu der Erde wurden Schotten und Große würde er nie sinnvoll bekämpfen. Und da halte ich das für eine sinnvolle Fähigkeit, glaube ich schon. Panzerung ist im Moment die beliebeste Fähigkeit. Ich sehe, dass Leute das vergeben. Das habe ich persönlich nie begriffen. Die Prämisse dahinter ist, dass der wahrscheinlich umzingelt ist von Scrawlern und sowas und von Mustangs und die Panzerung, die ihn länger überleben lässt, dass er die alle ausrotten kann. In aller Regel rottet er die auch so aus. Also der gewinnt das Duell gegen einen Scrawler, die den gleichen Preis haben, ohne Probleme. Also dann, ich könnte mir vorstellen, dass er dann zwei oder drei gleichzeitig besiegt, wenn er die Panzerung ausgibt. Aber ich habe nie gesehen, dass es notwendig war. Er hat ja genug Reichweite. Anti-Aircraft, das bedeutet, der kann danach Luftziele abschießen, macht aber relativ wenig Schaden in Luftziele. Aber wenn der Gegner Wespenspam oder einen Phönix, meine Wegen, also bei Phönix trifft er nur ein, aber bei Wespen tut er alle Wespen gleichzeitig runterholen, gefühlt. Da kann das schon mal Sinn machen. Das ist keine schlechte Fähigkeit, zumal der Gegner auch überrascht wird, dass auf einmal eine Boden, also jemand, der nur Boden angreifen konnte, auf einmal Lufttargets angreift. Und wenn er auflevelt, dann die typischen Sachen. Elite Marksman kann wirklich viel Sinn machen, einfach weil der mehr Reichweite und mehr Feuerkraft bekommt. Kommt ein bisschen auf die Gegner an. Ich persönlich benutze das Ding eigentlich fast nie, außer im Early Game, um kleine Einheiten wegzunuken und dann reichen zwei, drei davon und dann brauche ich auch keine Upgrades. Also ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal für den einen Upgrade gespielt habe. Ja, letzte Einheit ist der Phönix, der X-Wing, ja, wie man das nennen möchte. Es sind immer zwei Modelle, können alle Ziele gleichzeitig bekämpfen, hat astronomisch viel Schaden für so ein Ding. Also ein Modell macht über 3000 Schaden, das ist eine Menge. Die Reichweite ist gut, die Geschwindigkeit ist sehr, sehr hoch, ist also sehr schnell auch an den Zielen dran. Da muss man oft aufpassen, wenn denn die Eröffnung ist, dass er nicht die gesamte Mehl überholt und nicht abknallen lässt. Ja, der Phönix ist so eine Einheit, die man ganz hinten oft aufstellt, die einfach den Feuersupport gibt. Also nicht selten hat man hinten irgendwie in einem Late Game irgendwie acht Phönix stehen, die einfach die gesamte Feuerkraft geben und der Rest tankt nur dafür. Ist wirklich eine sehr, sehr gute Einheit vom Schaden her. Hat eine besondere Fähigkeit, das ist der Quantum Reassembly, heißt einfach nur, wenn er stirbt, dann kommt er noch 20 Sekunden wieder, bis zu zweimal. Die Leute kaufen das und ich sehe jetzt eigentlich fast nie, dass er respawnt, weil es einfach zu lange dauert, er respawnt. In der Theorie kann das funktionieren, gerade wenn er den reinschickt in die erste Linie, er stirbt dann und dann ist er auf einmal hinter den Gegnern. Kann funktionieren, habe ich in der Praxis noch nicht gesehen, dass ein einziges Mal klappt. Aber ich habe schon eine Menge Spiele gemacht. Ja, ansonsten die Klassiker, Reichweite erhöhen, damit die einfach noch weiter wegschießen, wenn die aufgelevelt haben und hier bedenkt, dass das Elite-Markt sehr gut sein kann, weil es ist auch sehr teuer, wie ihr seht, aber ihr braucht es ja nur spät kaufen. Die Phönix, die spielt ja in aller Regel im Early Game schon. Nicht selten fangt er sogar mit zwei Phönix an, wenn er die Karte zieht. Das heißt, die werden, weil sie auch nie abgeknallt werden, die ganze Zeit nonstop schießen, sie haben viel Zeit zum Aufleveln und haben viele Möglichkeiten zum Aufleveln. Das heißt, die werden sehr häufig einen guten Level haben und Elite-Marktmann macht die dann eben noch besser. Bei den Zielen, übrigens gleich nochmal dazu gesagt, der bekämpft Medium bis große Targets. Die kleinen, das ist wieder das Problem, dass einfach ein Overkill an den kleinen Modellen hat, das lohnt nicht. Jump-Drive, damit die flexibler sind, dann kann man die mal kurz in die Flanke stellen und wieder zurückholen. Das ist immer ganz nett, mit denen hin und her zu jumpen, aber auch hier, der Jump-Drive ist halt immer nur für so eine Aktion, wo man mal eine Flanke oder sowas machen will. Aber stellt euch vor, ihr habt im Late Game acht Stück davon, macht dann einen Jump-Drive an und auf einmal sind die in der letzten entscheidenden Runde nicht in der Front, sondern an der Flanke oder nicht in der Flanke, sondern an der Front oder nicht links, sondern rechts. Das kann sehr episch sein. Ja, elektronautischer Schuss macht sich ja gar keinen Sinn, darauf zu vergeben, aber Quantum finde ich noch schlechter. Macht halt Fähigkeiten aus. Ich sehe nicht, wofür das gut sein soll, ehrlich gesagt. Eventuell könnte das funktionieren, wenn jemand diese Anti-Air-Berage hat, also der Fortress mit der Anti-Air-Berage, weil der eine Konter zu dem sonst wäre. Dafür könnte es einen Sinn machen, um den Wespenspawn von dem Overlord auszumachen. Der schießt den Overlord auch sehr gut ab, könnte es eventuell auch Sinn machen. Auch der Reichweitenvorteil geht vom Overlord flöten, wo der Overlord nicht mit seinem Flächenschaden zurückballert in den. Das könnte Nutzen dafür haben. Jo, das war die Geschichte. Das sind alle Einheiten, mein Guide dafür. Ja, meine Lieblingseinheiten, also ich denke, der stärkste Moment, der Melting Point, ohne jede Frage, der ist ganz vorneweg mit den meisten Sachen. Markman kann man auch nie was falsch mitmachen. Phönix ist eine sehr gute Einheit. Andere kann man sich ja auch alle irgendwo benutzen. Die schlechtesten sind aber sicher der Arclight und die allerschlechtesten mit Abstand, der Fortress mit Sicherheit. Das hängt dann auch von den Fähigkeiten ab, die sie teilweise nur zur Verfügung haben. Und die Einheit, mit denen man sich selbst aus dem Spiel nehmen kann, am besten, ist wahrscheinlich der Stormcaller, wenn er nie trifft. Oder der Steelball und der Sledgehammer, wenn man diese Connection hier vorne macht. Damage Sharing. Wenn man dann eine Kette macht und dann schießt er einen Laser rein. So, das wäre mein Guide für die Einheit. Ich hoffe, es konnte ein bisschen weiterhelfen und danke fürs Reinhören. Ciao, ciao.